Willkommen zurück zu Project Zero 3. Es geht weiter, Freunde. Wir sind hier immer noch in Yu's Zimmer, welches seit seinem Unfall nahezu unberührt blieb. Auf dem Schreibtisch liegen noch getippte und handgeschriebene Briefe und ein paar Bücher. Die haben wir uns das letzte Mal ja größtenteils angeguckt. Da ging es eben um diesen bösen Ort. Und wir wissen dank des Briefs, dass die Kamera Obscura hier sein soll. Und ich rate mal, dass das die hier ist. Auf dem Regal liegen ein Brief und eine Kamera, ähnlich wie die in meinem Traum. Okay, den Brief sieht man zwar nicht, aber egal. Der Brief ist wahrscheinlich von Kay. Der zweite Brief. Lieber Yu, bei einer Untersuchung der urbanen Legende Das Haus des Schlafes habe ich ein verlassenes Dorf erreicht. Das nicht auf der Karte war. In einem großen Haus fand ich diese Kamera. Meine Nichte Mio, als Mario verschwand, machte sie dir viel Ärger, weißt du noch, sah diese Kamera und sie erschrak fürchterlich. Also sah sie diese Kamera und erschrak fürchterlich. Vielleicht erinnerte sie an den schrecklichen Vorfall. Ja, garantiert. Könntest du dich bitte um die Kamera kümmern? Könntest du das machen? Du kennst dich doch mit den Antiquitäten aus. Ich werde einige Zeit nicht zu erreichen sein, aber ich melde mich, um zu hören, was du herausfindest. Liebe Grüße, Kai Amakura. Ja, den haben wir auch zu unseren Unterlagen hinzugefügt. Ist diese Kamera dieselbe wie die Kamera Obscura in meinem Traum? Höchst wahrscheinlich. Sie ist älter als die im Traum und die Inschrift auf der Rückseite ist unleserlich. Trotzdem sieht es fast so aus wie die Kamera Obscura. Ja, die im Traum wird wahrscheinlich ein bisschen neuer sein, weil wir das in der Vergangenheit erlebt haben, mehr oder weniger. Ich drückte auf den Auslöser, aber nichts geschah. Anscheinend funktioniert sie nicht. Es befindet sich noch immer ein alter Film in der Kamera Obscura. Mutriger Film. Der Film sieht ziemlich alt aus, ist aber scheinbar noch intakt. Was könnte wohl drauf sein? Ob ich ihn in der Dunkelkammer entwickeln kann? Dann lasst uns das doch probieren. Ja, danke für eure Kommentare. Ihr findet das auch schön mit dem Wechsel und diese ruhigen Momente im Spiel. Wobei ich mich noch gut erinnern kann, dass das nicht immer ruhig bleibt. Also je fortgeschrittener das Ganze hier passieren wird, desto eher kann auch im Haus was passieren. Das fand ich immer am creepigsten, weil man damit halt überhaupt nicht so wirklich gerechnet hat. Mir ist eigentlich was Tolles eingefallen. Wir könnten ein Bild von ihr machen, einfach so, weil wir es können. Ja, ich weiß. Okay, die Soundfall klingt gerade ein bisschen seltsam, aber egal. Ich mache jetzt ein Bild von ihr. Einfach so. Hör die Sammlung. Sieht zwar ein bisschen verschwommen aus. Ich habe ja hier einen unendlichen Film, wie es scheint. So. Ich brauche die Dunkelkammer. Jetzt müssen wir die nur noch mal finden. Die war jetzt hier irgendwo. Ich probiere es mal mit der Tür. Das ist... Ich bin gerade unsicher. Ist das jetzt eine Abstellkammer gewesen oder war das die Dunkelkammer? Nochmal gucken. Das ist sie. Ja, wow. Gleich auf Anhieb. Wie da oben schon Bilder von Haaren hängen. Moment, das möchte ich mir mal genauer angucken, bevor wir... Hör ich das an. Wo waren die Haare? Einfach nur Haare. Haare, Wasser, das sind immer so elementare... Ja, Sachen bei asiatischen Horrorfilmen, die immer einen Bestandteil haben. Also meistens zumindest. Man kennt das aus diversen Horrorfilmen. Aber das ist ja auch creepy immer in Szene gesetzt, wenn man da an so eine Samara denkt. Oder an die Lady aus The Crudge. Wenn sie da mit ihren langen, schwarzen Haaren da runterkommen von der Decke oder sonst wie was. Na ja. Bleibt uns hier in dem Spiel bisher mehr oder weniger noch nicht. Beziehungsweise wir bleiben da noch verschont. Mal gucken, wie lange sich das noch hält. Also. Unentwickelter Film. Eine alte Filmrolle aus der Kamera Obscura. Ganz sicher ist etwas auf dem Film. Mal sehen, ob ich ihn entwickeln kann. Willst du diesen Film entwickeln? Ja. Ja. Ein Bild einer weinenden Frau ist aufgetaucht. Genau wie ich dachte. Ich musste das Foto in diesem Traum aufgenommen haben. Der ganze Film ist entwickelt. Die weinende Frau. Die Kamera Obscura. Das verlassene Haus. Das Foto, das ich im Traum machte. Wenn ich Nachforschung über die Frau anstelle, finde ich vielleicht etwas heraus. Okay, ich glaube, es ist gerade der Postmann da. Der hat jetzt unten geklingelt. Und wenn unten keiner ist, dann klingelt er gleich bei mir. So nicht wundern. Ah. Ist es immer wieder toll, wenn man morgens schnell vor der Arbeit ein Ding aufnimmt. Und dann von XY theoretisch gestört wird. Sorry auch nochmal für die Hintergrundgeräusche, wenn ihr es manchmal tooten hört oder so. Aber ihr wisst ja, wie warm es jetzt die Woche werden soll. Da brauche ich ein offenes Fenster. Sonst würde ich überhaupt keinen Part machen. So. Aber was jetzt Sache ist. Wir sollen ja Nachforschung machen. Wie machen wir denn das? Ich würde jetzt halt... Am ehesten keine Ahnung. Das Internet gehen oder so. Oder würde es hier rausgehen für Nachforschung? Nee, wahrscheinlich nicht. Verschlossen, ja. Ja. Moment. Aktuellen Standort. Hilfsmittel, Unterlagen, Notizen. Ah, wir hatten ja noch Notizen zu lesen, fällt mir gerade ein. Was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Moment. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ähm... Haus des Sklavers. Nee, da haben wir alles gelesen. Ja, es steht neu dabei, aber ich meine, ich hätte versehentlich irgendwas angeklickt das letzte Mal, was sie nicht gelesen haben. Na egal, wir lesen jetzt mal das von Kai Amakura. Ich habe ihn nie getroffen, aber er war Jus Freund. Früher schrieb er von Zeit zu Zeit. Jus hat scheinbar viele Leute gekannt, sowohl beruflich als auch privat. Dem Brief nach haben er und Jus urbane Legenden erforscht. Hat die Kamera Obskura etwas damit zu tun? Ich sollte ihm vom Unfall erzählen. Ja, das solltest du wirklich. Und hey, jetzt hat es irgendwie weggescrollt. Die Frau auf dem Foto. Die Frau, deren Bild auf dem Film in der Kamera Obskura erschien. Kein Zweifel, es war die gleiche Frau, die ich im Traum im Haus gesehen hatte. So wie damals Jus. Ja, das ganze Zeug wird real. Und hier ist noch der Artikel zur Kamera von Obskura. Eine alte Kamera mit den eingeritzten Worten Kamera Obskura. Habe so eine Kamera gefunden wie die, die ich im Traum in Jus' Zimmer sah. Kai hat sie ihm wohl geschickt. Ist das die gleiche Kamera wie in meinem Traum? Jo, davon gehe ich stark aus. Ereignisse? Irgendwas hatte ich jetzt nicht gelesen, meine ich. Aber doch, ich erinnere mich hier an alles. Na gut, dann haben wir doch irgendwie alles gelesen. Ähm, bringt mir noch grad nichts in Sachen von, wie kommen wir hier weiter. Habe ich eigentlich... Ah ja, hier habe ich Wichtiges, Limitiertes habe ich in dieser Welt natürlich nicht. Weil ist ja alles noch harmlos hier. Okay, dann müssen wir selbst das Haus mal nochmal auf den Kopf stellen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach von vorne an in ihrem Zimmer. Und gucken einfach, wo jetzt noch was geht. Vielleicht erübrigt sich das dann auch. So, sie steht immer noch hier. Darf ich telefonieren vielleicht? Nee, okay. So, dann lass mich nochmal hochspazieren. Vielleicht will sie sich ja auch schlafen legen. Und das war es erstmal an Recherche, wer weiß. Deswegen probiere ich das jetzt mal als erstes. Hatten wir irgendwo ein... Ach ja, sie hat ja einen Laptop gehabt, oder? Äh, nee. Habe ich mir eingebildet. Okay. Mir ist nicht nach Schlafen zumute. Okay, nee. Also dann... War nicht irgendwo ein Laptop? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei, äh... Bei Yu war so ein Ding. Aber das sah irgendwie auch anders aus. Ich muss nochmal gucken. Im Grunde geht es ja schnell, das Haus zu durchforsten. Du willst immer noch nicht in ihr Zimmer gehen, ne? Und da hin. Moment, stopp, 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 zurück. Da will ich hin. Ja, Mikos Zimmer. Bleibt sie nach wie vor draußen? Bestimmt nicht für immer. Das heben wir uns noch ein bisschen auf, ne? So. Ähm... Ein paar getippte, angeschriebene Briefe. Okay, dieses Ding... Dazu sagt sie nix. Alles klar. Gut, dann denke ich, ist hier auch nix weiter. Na? Ähm... Wo können wir noch hin? Jetzt erst mal wieder die Räume durchchecken. Wie sich was Sinnvolles findet. Vielleicht auch mit ihr nochmal drüber reden. Vielleicht sagt sie was dazu. Hallo. Ach ja. Mikos, wegen dieser Frau auf dem Foto. Ob du wohl versuchen könntest, so viel wie möglich über sie herauszufinden? Ach, wir lassen das sie machen. Ja, wie immer. Wir lassen sie ja sowieso alles machen. Alles in Ordnung. Ja, das ist ein sehr altes Foto, also... Ich fand es in Jus' Zimmer. Es ist okay, wenn du nichts über sie herausfindest. Sie hatte nur so etwas an sich. Ich finde es schade, dass der Sound jetzt auf einmal so komisch klingt. In den ersten Parts war der noch normal. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nur bei Miku so, nicht allgemein. Wenn du Miku deine entwickelten Fotos zeigst, kannst du sie bitten, sie für dich zu recherchieren. Wenn sie recherchiert sind, kannst du später mit Miku reden, um Bücher und andere Informationen zu erhalten. Okay, das ist cool. Die Nacht ist angebrochen. Wenn du das Bett mit der X-Taste anklickst, kannst du schlafen. Wenn du die Kammer Obscura auf den Tisch anklickst, kannst du dein Spielstand speichern. Okay, hat sie sich auch schick umgezogen fürs Bett. Ja, keine Ahnung, was sie jetzt vom Rest des Tages gemacht hat. Ich würde aber sagen, dass wir uns auch zur Abendstunde noch mal kurz im Haus umgucken. Es könnte ja sein, dass sich irgendwas jetzt anderes tut. Meine Kleidung wurde... Okay, das wissen wir schon. Ja, sie wurde achtlos in den Schrank geworfen. Von dir. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns abends auch immer noch mal auf die Schnelle um. Jetzt vielleicht nicht jedes Regal überprüfen, aber nur um sicherzugehen, dass wir kein kleines Event oder sonst wie was verpassen. So, sie ist wahrscheinlich auch schon in ihrem Zimmer. Okay. Sie sagt ihr nicht Gute Nacht. Wahrscheinlich hat sie es schon getan. Ja, Abendstunde angebrochen. Das heißt, wir werden gleich in unseren nächsten Traum starten. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ne, gut, das brauche ich mir jetzt nicht anzuschauen. Ne, 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 geh. Ich will nur schnell durchschlendern. Ich meine, dass sich das theoretisch mal lohnen kann, das Haus auch des Abends noch mal zu checken. Wie gesagt, ich kann mich halt noch so dunkel daran erinnern, dass der Flug sich halt auch hier ausbreitet. Und das könnte halt gerade abends eben auch der Fall sein, wenn man sich doch ein bisschen alleine fühlt und so. und die Soundkulisse und alles ein bisschen gruseliger ist. Gerade hier, was ist das für ein Sound? Ist der Kühlschrank so laut? Oder was? Na, egal. Wo ist meine Katze? Das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage. Also, wir haben eine Katze. Braucht Unterhaltung. Willst du noch duschen? Ein kalter Luftzug strömt aus dem leeren Badezimmer. Wahrscheinlich hat sie schon geduscht. Ich sehe mein Gesicht in dem Spiegel über dem Waschbecken. Ist jetzt creepy, wenn der Spiegel da bleiben würde oder sowas. Ah, da ist die Katze. Sie schläft nicht mehr. Das ist ein bösches Zeichen. Wo guckt sie denn hin? Na, du? Wie will unsere Katze nicht streicheln? Du hast hier in diese Ecke geguckt. In der Kammer befinden sich Kissen und Decken sowie Jus alte Bücher. Ich habe sie jetzt keinen Blick hineingeworfen. Sie hängen wohl mit der Arbeit zusammen. Okay, dann lassen wir das. Hier ist der Altar. Den lasse ich auch mal in Ruhe. Das war die kleine Abstellkammer. Die hätte ich mir schenken können. Genauso wie die ganze Hausbesichtigung anscheinend. Hier vielleicht nochmal einen Blick riskieren. Keine gesammelten Werke. Ich habe keinen Film. Ja, wenn sie jetzt in der Nacht wieder Filme knipst, dann wird die wohl auf mysteriöse Art und Weise auch wieder in ihrer Kamera lungern, die wir dann wiederentwickeln können. Okay, diese Toiletten werden wir wohl nie gehen, wenn das so weitergeht. Aber auch nicht schlimm. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen. Hat sich jetzt nichts Spannendes ergeben, aber es ist ja auch immer noch die erste Nacht. Beziehungsweise jetzt... Ja, nee, nicht die erste Nacht, sondern die erste Stunde jetzt beginnt allerdings die... Nee, doch, es ist schon die zweite Nacht jetzt. Wir haben ja einen Tag verbraucht. Aber in den Träumen nennt sie es halt die erste Stunde, zweite Stunde anscheinend. Vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich merken. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch gerade schon wieder. So. Dann lasst uns schlafen. Dann lasst uns schlafen. Und da sind wir auch schon, werte Freunde. Wir sind wieder hier. Die Räumlichkeiten kennen wir ja schon. Auch hier ist immer noch das Vorhängeschloss mit dem gekerbten Pfeil. So, was haben wir bei uns? Natürlich die Kamera mit dem Typ 14er Film. Ich denke, an unserem Inventar hat sich nichts verändert. Ich gucke lieber nochmal nach. Ja, den schlechten Typ 7 Film und 8 Mal Kräutermedizin. Alles klar. Gut, dann raus hier. Nochmal kurz, so drehe ich die Kamera und dann bewege ich mich damit. Okay, los geht's. Wieder in Ruhe umgucken. Es kann jetzt natürlich sein, dass sich sonst wieder was verändert hat. Um den Speicherpunkt habe ich mich übrigens immer noch nicht gekümmert. Ich werde einfach Safesets die ganze Zeit benutzen. Aber nur dann, wenn auch ein Speicherpunkt da ist. Also alles ganz legitim. Da ist ein Bereich mit ein paar Gläsern nah am Boden. Es ist dunkel und ich kann kaum etwas erkennen. Das ist ja mit der Taschenlampe da runter dunkelst. Na gut. Da sind ein paar Gläser auf dem Boden. Sie sind offenbar leer. Okay, dann lasst den Albtraum beginnen. Da sind ein paar alte Truhen und Strommatten, die auf dem Erdboden ausgebreitet sind. Die Schubladen kann ich nicht öffnen. Sie sind wohl wegen der Feuchtigkeit größer geworden. Okay. Die Beschreibung kennen wir jetzt natürlich. Aber es könnte halt sein, dass hier und da ein bisschen was anderes jetzt passiert. Deswegen sollten wir immer noch aufmerksam bleiben. Und uns alles in Ruhe anschauen. Da sind ein paar alte Kerzen und andere Dinge. Scheint leer zu sein. Hi. Ich war wieder viel zu langsam. Ein paar alte Sandalen und andere Dinge. Okay, dann gehe ich erst mal nach rechts. Ich werde nicht dem Geist nachgehen. Ey, jetzt fliegt da ein, was weiß ich, fährt da Brummer da. Flugzeug. Also ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ich mache ja schon eine Rauschfilterung rein. Aber was ich heute für Hintergrundgeräusche schon habe, das ist nicht mehr feierlich. Es tut mir leid. Die arme Atmung. Ich weiß, ich weiß. So. Schauen wir uns erst hier um. Hier hatten wir ja die Begegnung mit der Frau und dem Kind. Nur weil wir sie einmal besiegt haben, heißt das nicht, dass sie endgültig besiegt sind. So viel ist sicher. Und hier liegt etwas für uns. Da glänzt etwas. Kräutermedizin. Wenigstens haben wir da ausreichend. Auf der Tonne liegt ein Stein, der so groß ist wie ein Menschenkopf. Es riecht nach Farbe. Vielleicht hat hier jemand etwas gefärbt. In der Ecke des Raumes steht ein kleiner Krug. Es sieht so aus, als ob nichts drin ist. Okay. Ich gehe erst mal nicht die Treppe hoch. Ich gehe erst mal hier unten nochmal umschauen. Wie ihr seht, es lohnt sich. Von unseren Geister-Mädels bis jetzt noch keine Spur. Hier ist nichts. Okay. Soll ich nochmal schnell in die Mitte gehen? Nicht, dass da irgendwas wäre. Ich habe zwar nichts gesehen, aber... Nur um sicher zu gehen. Ein Topf hängt an einem Haken über die Feuerstelle. Es sieht so aus, als wurde er lange nicht mehr benutzt. Okay. Hier ist wirklich nichts. Gut. Wobei, hier noch gucken. Da steht eine seltsam gefahrene japanische Truhe. Offenbar sind einige der Türen verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Achso, das war die. Koratskisse befinden sich in ein paar Schalen. Offenbar sind sie alle kaputt. Ich sehe keine, die noch ursprüngliche Form hat. Okay. Ne, hoch gehen wir noch nicht, wie gesagt. Dann versuchen wir erstmal die Tür da hinten rechts. Ich finde es auch schön, dass... Gut, das kann sich noch ändern. Aber ich finde es schön, dass jetzt nicht so häufig Geister kommen. Denn dann wirkt es umso intensiver, wenn mal einer kommt. Sie ist mit aller Macht versiegelt. Okay. Das heißt halt so gut wie... In dem Kapitel kommst du da noch nicht durch. Oh, die Leiter. Ich weiß gar nicht, ob man die die letzte Mal schon mal benutzt. Weiß gar nicht. Aber auch die Tür scheint zu zu sein. Tür ist verschlossen. Die Glockenblumengravur ist da eingraviert. Wir haben allerdings noch keinerlei Schlüssel bisher gefunden. Gut, ein Weg... Ne, zwei Wege haben wir ja noch. Wir können die Treppe benutzen, wo wir das letzte Mal waren. Oder wir gehen dem Geist nach. Ganz am Anfang. Letzteres wird uns wohl weiterführen. Aber wir nehmen es hier ja ganz genau und wollen nichts verpassen. Deswegen lassen wir hier hoch. Oh, da ist das Kind wieder. Unter der Treppe stand es. Holy shit. Das hat uns erst mal nichts getan. So, hier ist der Speicherpunkt. Ich mache mal hier an dieser Stelle einen Minikat und mache einen Safe State, weil ich bin mir die... Ich weiß gerade die Shortcut nicht mehr. Einen Moment bitte. So, und weiter geht's. Hat da was geblinkt gerade? Dieser schwarze Schrankkoffer hat ein altes Schloss. Es ist zwar alt, aber immer noch gut verschlossen. Okay, schade. Sieht aus wie eine Hausapotheke, aber alles in den Schubladen ist verdorben und schwarz geworden. Es sieht so aus, als ob nichts Nützliches darin ist. Okay. Nicht schlimm, wir haben noch genug Kräutermedizin. Da sollten wir über die Runden kommen. Hoffe ich zumindest. Okay, ich traue mich jetzt nicht so ganz hier zu rennen. Hier waren die Geistererscheinungen ja relativ häufig. Die Türpaneele sind kaputt und ich kann nicht hineinsehen. Der Raum ist groß und mehrere Lichter leuchten, doch die Ecken sind dunkel und schwer einzusehen. Aber durchsehen kann man ja trotzdem. Größtenteils. Zu erkennen ist hier gerade nichts. Dieses Flüstern, das man immer hört. Ich fand das auch creepy, als ich im letzten Part länger im Pausebildschirm war und die Aufnahme vorbereitet habe. Dann hat auf einmal so ein Geistermädchen angefangen zu zählen. So, one, two. Das war so creepy. Das sind so die kleinen Details, die es einfach ausmachen. Ich liebe es. Ja gut, jetzt habe ich eine Runde gedreht und das war's. Aber früher ging es hier mal durch, ne? Irgendwo. Auf die... Gerade da, wo ich durchgucken konnte, meine ich. Das ist jetzt irgendwie einfach weg. Moment, wir schauen... Wir lucken mal wieder hier rein. Oh Gott, was ist los? Hier ist doch nichts, oder? Moment. Ah, wieso dreht das jetzt so langsam? Die wollen mir doch nur Angst machen, ey. Nach oben schauen. Nee, ich sehe nichts. Ich mag dieses Guckloch überhaupt nicht. Nur, dass wir immer mal drüber geredet haben. Weg hier. Nee, das gefällt mir gar nicht. Wir hauen ab. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Wir müssen natürlich dem Geist nach. Okay. Die Ecke hätten wir uns theoretisch sparen können. Aber wenn ich jetzt Pech habe, kriegen wir vielleicht hier den Geist jetzt ab, weil das Mädchen da in der Ecke... Die böse Präsenz ist noch da. Oder die verzweifelte Präsenz eher. Okay. Nee, hier passiert erstmal nichts. Ähm, das war die falsche Tür, oder? Ich muss komplett auf die andere Seite, meine ich. Oder? Ach ja, Orientierung. Ich könnte auch auf die Karte gucken, aber... Nee, ich bin mir relativ sicher, dass ich hier lang muss. Um zurückzukehren. So. Da. Okay. Wer war denn dieser Geist, der da nach oben geflüchtet ist, so schnell? Ja, das kennen wir schon. Ich schaue mich erstmal so um. Vielleicht ist das... Nee, ich erkenne nicht wirklich... Ach ja, das war ja die Geschichte, wo es so rundherum ging. Aber dann ging es nicht weiter. Mal schauen, ob das diesmal anders ist. Hier nochmal die Puppe, die immer noch auf dem Boden liegt. So, ich bin lieber mal vorsichtig. Warum jetzt diese Kameraeinstellung? Das wäre ein großer Platz, um gegen einen Geist zu kämpfen. Deswegen... Vorsicht. Okay, da höre ich schon jemanden. Geh weg. Wurde sie verfolgt, diese Frau? War sie auf der Flucht? Mal schauen, ob hier was Neues ist. Da hängt eine Uhr an der Wand. Toll. Zwei Tintenbehälter und eine alte japanische Truhe. Der Lackführebehälter blättert ab. Das kennen wir alles noch. Da ist etwas Glänzendes auf dem Boden. Ein Typ 14 Film. Sehr gut. Je mehr, desto besser. Ansonsten ist hier gerade nichts. Die Puppe. Sie sagt immer noch nichts dazu. So, das Kimono des kleinen Mädchens. Da steht ein Korb auf einem niedrigen Schrank. Nichts, was uns weiterhilft. Alles klar. So, das ist jetzt neu ab jetzt, meine ich. Denn die Tür war mit aller Macht versiegelt in der Nacht zuvor. Da oben... Da rennt sie wieder weg. Ich wollte nicht überleben. Das erinnert mich an dieses eine Ritual, das da durchgeführt wurde. Und das ist... Ja, sie wollte nicht überleben. Okay. Ich werde jetzt nicht speichern. Auf dem Weg geht es nichts Spannendes passiert. Also, wir sollen wahrscheinlich hoch. Ich gucke gerade noch hier unten. Nee. Es gibt keinen Keller oder so. Okay. Dann ihr nach. Mal schauen, wer ihre Verfolger genau sind. Ich tue mich schon ein bisschen hier vorteasern. Guck mal. Okay. Okay, es geht noch weiter hoch. Okay. Oh, die Soundkulisse ist so stark. Die macht einfach nur Angst. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ah, da geht es auch noch um die Ecke. Okay, das wusste ich nicht. Ah, wo gehe ich zuerst hin? Erstmal hier. Aber noch nicht hoch. Aber hoch lunzen möchte ich. Okay, da ist nicht viel zu erkennen. Nee, ich laufe lieber so. Da ist noch eine Treppe. Weil der führt irgendwie auf die andere Seite dann. Äh. Hat so irgendwie so ein... Ja, sehr symmetrisch aufgebaut gerade. Das bespannte Fenster gibt ein fahles, sanftes Licht. Ey, der Sound, ne? Oh, hier werde ich wohl nicht durchkommen. Hinter der Truhe scheint eine Tür in der Wand zu sein. Vielleicht führt sie auf das Dach. Ich wollte die Truhe bewegen, aber sie ist zu schwer. Wahrscheinlich könnte sie nur ein Mann verschieben. Ach. Na dann. Warten wir mal auf den Retter in der Not. Ein fahles Licht dringt durch das runde Fenster ein. Ja, vielleicht werden wir ja noch... Ich weiß nicht. Spielt man immer sie? Ich glaube, ja. Es gibt ja... Ich habe später mal ein Project Zero auf der Wii oder Wii U gespielt. Und da wechselt man ständig die Charaktere. Hier wechselt man zwar gerne mal die Zeitzonen. Also nicht die Zeitzonen. Ihr wisst schon. Wir machen Zeitsprünge. Aber ich glaube, der Charakter könnte bleiben. Ich weiß es nicht mehr. Das werden wir alles noch herausfinden. Ich habe etwas für die Kamera Obscura gefunden. Du erhältst die Ausstattung Alarm. Aha. Das sagt mir gerade nichts. Ausstattung Alarm. Zeigt Fatal Frame an. Wenn sie von einem Geist attackiert werden, blitzt der obere Teil des Suchers vielleicht auf und ein Alarm ertönt. Eine mächtige Blendenchance des Fatal Frame. Während des Fatal Frame verursachen, wird der Geist zurückgeschleudert und sie verursachen großen Schaden. Also, ich nehme mal an, dass ich kurz davor darauf hingewiesen werde, eventuell, dass es gleich soweit ist und ich abdrücken sollte. Schießen sie nochmals, während der Geist zurückfliegt, können sie die Schnellauslöser-Combo... Oh, das wusste ich auch nicht mehr, dass das geht. Okay. Ja, danke. Du kannst Teil der Kamera Obscura im Menü Kamera Obscura einbauen und verbessern. Du hast die Anleitung für... Okay. Dann möchtest du es gleich einbauen, natürlich. Das klingt super praktisch. Ist das jetzt die Ausstattung? Das hier ist anscheinend schon drin, oder? Jetzt mit dem Verstecken-Fellow-Frame-Photocop hin. Ja, wenn es leuchtet, wird es drin sein. Denke ich doch mal. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege und es jetzt nicht drin ist. Aber ich denke mal, dass es jetzt drin ist. Vielleicht sehe ich das auch, wenn ich auf Funktion mal kurz gehe. Nee, das ist alles beim Alten. Ich habe immer noch nicht genug Punkte zum Aufleveln. Und eine verbesserte Linse habe ich auch noch nicht. Wenn ich das... Nee. Also, ich denke... Ich hoffe, es ist an. Ja, ich denke schon. Wir werden es eventuell im Kampf ja auch gleich merken. Auf einem großen Regal stehen Kisten und Körper. Durch die Feuchtigkeit ist alles vermodert und strömt einen fauligen Geruch aus. So, was ist hier noch? Ist das Blut? Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Also, das Spiel... Das bringt selbst mich hier so richtig zum Schwitzen. Nun, nein. Das liegt nicht an den hässlichen Temperaturen. Doch auch. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Oh. Die Tür ist verschlossen. Das Schlüsselloch trägt die Gravur eines Vier-Punkt-Brunnens. Die Stimme hinter der Wand. Irgendwie habe ich gar kein Bedürfnis mehr, da durchzugehen. Nach dieser Stimme. Aber hier geht es offensichtlich erstmal noch nicht weiter. Wir haben noch keinen einzigen Schlüssel gefunden. Okay. Welche Wege haben wir also noch? Da hinten geht es ja nicht durch. Da brauchen wir einen Mann. Dann die Treppe hoch will ich, glaube ich. Doch, ich will hoch. Weil ich glaube, da hinten, um die Ecke geht es weiter. Deswegen gehen wir erstmal hoch. Zählt das hier schon als Dachspeicher oder so? Im Schrankkoffer sind ein paar Seile und Stücke von Zick-Zack-Papier. Sie sehen aus, als ob sie für Schreingehänge verwendet würden. An der Tür ist eine Steintafel mit mehreren eingearbeiteten Steinen. Vielleicht kann man sie so öffnen. Du hast es versucht, aber sie ging nicht auf. Ja, wahrscheinlich brauche ich noch so einen kleiner Stein und das sieht dann irgendwie nach einem Schieberätsel aus. Eine winzige Schrift ist in die Steintafel eingraviert. Gravier die gleiche Anzahl Schmerzen in das Protest, die im Stein des Schlafes eingraviert ist. Hä? Gut, aber ich denke mal, weil da steht, man probiert und ich kann ja sonst nichts machen, dass da noch was fehlt, um dieses Rätsel zu lösen. Es sieht so aus, als wäre da etwas darin. Oh, Typ 61er Film. Den heben wir uns auf jeden Fall für stärkere Geister auf. Wir müssen gerade mal gucken, wie die Beschreibung ist. Also das hier ist ja ein relativ schlechter Film, aber der mit starkem Willen geladen hat. Mittlere Geister, vertreibende Wirkung. Okay, haben aber nur acht Fotos davon, deswegen schön sparen hier. Wir bleiben beim 14er. Ich denke, damit kommen wir aus. So. Oh Leute, ich sehe schon, wir sind ja schon wieder am Ende des Parts. Warum geht das immer so schnell? Auf dem Staub beteckten Du steht eine kleine Kiste. Es scheint nichts darin zu sein. Die Zeit fliegt regelrecht davon. Die Kiste auf dem Regal wurde etwas herausgezogen. Ich wollte hineinziehen, aber sie ist zu schwer und ich kann sie nicht weiter herausziehen. Okay, dann werden wir uns in dieser Ecke da hinten dann das nächste Mal umschauen, werdet Freunde, wenn es wieder heißt Let's Play Project Zero 3. Also, bis denne! du bist in der Nacht nicht We hast die